Ja, hallo meine lieben Lesefreunde, Leser, Freundinnen. Wir sind hier wieder beim Warehouse-Stage Bücherwurm, die zweite Folge unserer Lesereihe. Und wir wollen gar nicht mehr so viel erzählen, dafür habt ihr die vorige Folge gehabt, ihr wisst worum es geht. Ich freue mich wieder über meine wundervolle Co-Moderation. Vera, herzlich willkommen. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Schön, dass du dabei bist. Prima. Gerne. Ja, zweite Folge heute. Womit starten wir? Wir starten mit Annie. Hi. Hi. Wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Hi. Ich freue mich auch. Dankeschön. Hi. Das ist gut. Wir haben eben schon so ein bisschen geplaudert. Magst du dich trotzdem unseren ZuschauerInnen mal vorstellen und erzählen, warum, wieso und genau, was dich hierher führt? Ja, also mich führt Katha hierher. Das ist eine Freundin, die hier auch schon mal gelesen hat. Und wir kennen uns aus der Schreibwerkstatt. Das ist eins von den Projekten an der Uni, wo ich aktuell mit dabei bin. Das macht ein Dozent und da bringt man immer Texte mit, die man liest. Ja, Texte schreiben tue ich schon ewig. Von Fantasy als Neunjährige über irgendwelche Pferdegeschichten, wenn ich auf meine Musiklehrerin gewartet habe, bis zu Fanfictions. Ich hatte eine sehr heftige Fanfiction-Phase mit 15, 16. Und aktuell schreibe ich öfters an einem größeren Projekt. Aber heute habe ich euch extra was mitgebracht, was ich für den Tag heute geschrieben habe. Cool. Und ich bin, ja, ich bin Anfang 20. Ich studiere in Siegen und ich glaube, viel mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Hast du schon mal, oder kann man deine Texte, die du bis jetzt geschrieben hast, schon mal irgendwo lesen? Nicht wirklich. Ich habe ab und zu bei Lesungen mitgemacht jetzt, auch von der Uni aus und so. Aber ich habe nichts veröffentlicht bis jetzt. Ist das ein Ziel für dich? Ja, auf jeden Fall. Mein Kindheitstraum war es immer, Autorin zu werden. Mittlerweile glaube ich aber, dass meine Mutter ein bisschen Recht hat, wenn sie sagt, mach irgendwas, wo du Geld verdienen kannst damit. Und das andere läuft nebenher. Ich glaube auch, wenn man zu viel Druck hat, und es um Geld geht, dann verliert man irgendwo die Kreativität und die Fantasie. Cool. Du hast ja gesagt, du spielst Theater. Jetzt haben wir eben kurz drüber gesprochen. Passt das irgendwie dazu? Ist das relevant? Oder schreibst du auch für Theatersituationen? Ich habe in der Schule mal ein Theaterstück mitgeschrieben. Und aktuell spiele ich die Hauptrolle von dem Stück Der Drache. Das spielt das Bruchwerktheater Siegen. Und das macht super viel Spaß. Der Charakter heißt Lanzelot. Und ich erkenne da tatsächlich viel von mir drin wieder. So viele Kontraste vor allem. Weil das ist ein Held, der seine eigenen Werte hat und der das vertritt, woran er glaubt. Er hat dann aber auch dieses Böse in ihm, dieses Machtgefühl. Und ich glaube, da sehe ich mich schon wieder an diesen starken Kontrasten auf jeden Fall. Nimmst du dann den Anreiz für deine Geschichten auch aus solchen Momenten? Also aus dem Theater, was du da zum Beispiel erlebst, wie du das wahrnimmst? Oder wo ziehst du deine Ideen quasi an? Ich würde sagen, das sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Also beim Theater fängt man irgendwo an und dann entwickelt man darauf basierend eine Geschichte. Aber beim Schreiben fange ich meistens mit Charakteren an, mit Figuren. Für ein größeres Projekt, an dem ich gerade schreibe, Parl heißt das, da habe ich mir zuerst die Figuren aufgemalt, weil ich dadurch schon super viel lerne über die. So, aha, krass, der hat ja auf einmal lockige Haare. Okay, interessant. Und dann baue ich um die Charaktere rum eine Welt. Für heute habe ich mir aber ein Thema ausgesucht eher, um das Drum, worum ich dann angefangen habe zu schreiben. Und dann hat sich daraus eine kleine Geschichte entwickelt. Also das ist jetzt keine Geschichte, aus der ein Buch entstehen soll, sondern mehr einfach eine Kurzgeschichte? Ja, es ist eine kurze Geschichte. Unbedingt eine Kurzgeschichte, das ist ja nochmal ein anderes Genre. Aber es ist eine Erzählung von jemandem. Es geht ein bisschen um das Thema, was mache ich mit meinem Leben? Viele Leute gerade in ihren Zwanzigern, glaube ich, und auch drüber beschäftigen sich schon viel mit diesem Thema. Auch drüber, ich kann dir das beschreiben. Ja, ich kenne es aber auch von den Jüngeren tatsächlich, von meinen jüngeren Freundinnen. Die sind da genau in dieser Phase, nämlich so, wo will ich hin, was habe ich hier überhaupt zu suchen. Gerade heutzutage, so keine Ahnung, ich denke mir, Ukraine, Krieg und so weiter. Oder was kann ich für einen Job machen, der in einem Krieg auch noch was bringt? Autor sein? I don't know. Ich kann kein Haus bauen, ich kann relativ wenig, was das angeht. Und da ist es gerade schon schwer, irgendwie seinen Platz zu finden. Klimawandel. Das ist ja gerade manchmal für den einen oder anderen auch wirklich wichtig ist, dass man sich noch in Dingen verlieren kann, noch, weiß ich nicht, Dinge träumen kann, Dinge erleben kann, sich an Dingen erfreuen kann, weil das ist ja trotzdem real. Also ich denke mir dann immer so, eine Geschichte oder auch ein Song oder was weiß ich was. Dinge, die kreative Menschen schaffen, erfreuen ja trotzdem viele, viele, viele Menschen. Und egal in welchem Kontext. Und ich glaube, deswegen würde ich nicht sagen, dass das irrelevant oder unwichtig ist in dieser Situation. Nee, überhaupt nicht. Genau dann ist das ja für viele auch ein ganz großartiger Ort, in Anführungsstrichen, zu dem man sich begeben kann. Und auch darf, wie ich finde. Absolut. Und man schützt sich ja selber auch so ein bisschen als Autor und kann sich dadurch ein bisschen abgrenzen, dass man in seiner eigenen Welt so ein bisschen ist und im Grunde da so seinen Sorgen irgendwie auch freien Lauf lassen kann. Also man kann ja in die Geschichten, die man schreibt, alles einfließen lassen, was man möchte. Also natürlich auch aus seinem eigenen Leben das vielleicht ein bisschen umformulieren oder umformen oder wie auch immer. Aber das ist ja auch eine ganz großartige Möglichkeit, sich selber zu reflektieren und einfach auch sich irgendwo gesund zu halten. Ja, das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Du schreibst ja auch viel Fantasy, gell? Ich schreibe, wenn Fantasy. Ausschließlich Fantasy. Genau, also ich habe damit gerade erst angefangen. Ich habe, das ist interessant, weil du es eben sagtest mit neun, ich habe glaube ich mit 14 mal angefangen, so handschriftlich in so einem Schreibheft und fand damals Indiana Jones ganz toll und dann sollte das was werden. Und ja, aber tatsächlich sind es eben nicht Dinge, die die Realität irgendwie reflektieren, sondern es ist die Flucht aus der Realität, aber auf eine für mich wohltuende Art und Weise. Genau das meine ich, um sich halt auch ein bisschen zu schützen und abzugrenzen. Ja. Cool. Ich würde gerne mal hören, was du mitgebracht hast. Absolut. Ja, dann lese ich das mal vor. Auf jeden Fall. Großartig. Dann bitte schön. Das ist eine Premiere. Wuhu. Lebenszeit. Was ist mein Sinn im Leben, fragen Sie mich. Das ist lustig, denn das weiß ich auch nicht. Ich bin Autor, nein, Schriftsteller, wissen Sie? Aber das Schwierige, das ist nicht, damit Geld zu verdienen. Das geht eh nicht. Die Illusion ist bei mir so weit weg wie die, dass ich mich verlieben könnte. Das Schwierige am Autor sein ist, was man den anderen erzählt. Was sage ich meiner Tante, wenn sie mich fragt, was ich jetzt mache nach dem Abschluss? Weil du kannst nicht sagen, dass du Schriftsteller bist. Das ist erstens protzig, zweitens gibt es niemanden, der mir das beibringen könnte und drittens kann man damit kein Geld verdienen. Man kann Lebenspunkte verdienen damit. Die verdienst du aber auch, wenn du ein Pferd streichelst oder einen Teppich knüpfst. Jede Aufmerksamkeit, die du dem Pferd schenkst, verwandeln die Zeilbetzen in einem Punkt auf deinem Bild. Du betrachtest das Pferd aus der Ferne, ein brauner Punkt. Du lässt es an deinen Pullover schnuppern, ein Punkt kommt dazu. Der Unterschied zwischen Monet und einem HD-Fernseher ist nur die Menge an Punkten. Und wenn du dich anstrengst, richtig anstrengst, ist dein Bild kein matschiges Chaos, sondern eine wachsende Welt in Details. Anfang. Ein Strichmännchen. Nein, zwei Strichmännchen. Die es aber nicht lange geblieben sind. Meine Eltern sind reine Tüpfelmonster. Da und unterwegs, da und am Regenwürmer von der Straße retten. Zum Entspannen schwimmen sie im Wald und zur Zerstreuung üben sie Fechten. Immer mit einem Plan und ohne einen einzigen ungenutzten Tag. Wenn normale Leute im Urlaub sind und wiederkommen, ist da ein winziger Strand auf ihrem Bild. Minimalistisch irgendwo weit draußen hinter dem detaillierten Zuhausefenster. Vielleicht ein angedeutetes Häuschen in einer Vier-Punkte-Gasse. Wenn meine Eltern wiederkommen, ist das Bild meterweit gewachsen. Das sind bunte Menschen, jeder aus mindestens drei Punkten. Auf weinroten Teppichen, inmitten von Weinbergen, über Felsen, Klüften. Und jedes Mal, wenn ihr euch das Bild anseht, winkt eine Krabbe, die ihr davor noch nicht gesehen habt. Stampft ein Zug um eine Fels-Ecke, der euch bis dato entronnen ist. Kleckert ein Sonnenuntergang über einen Horizont, der zwischen Seen und Bogen untergegangen sein muss. Meine erste Geschichte war meine beste. Es ist meine beste Geschichte und meine einzige. Mit solcher Finesse geschrieben, solchem Selbstverständnis, solch atemberaubender Frische und Naivität. Diese erste Geschichte ist ein Meisterwerk. Sie wüssten gerne, was das für eine Geschichte ist, richtig? Sie wollen wissen, ob ich das Zeug dazu habe, Schriftstellungen zu machen. Ob meine Geschichte sie fesselt oder nur rücksichtslos zuschlägt. Ob ich damit Geld verdienen kann? Natürlich nicht. Es ist meine Geschichte. Ich habe zwölf Lebenspunkte dafür gekriegt, also muss sie etwas wert sein. Aus diesen zwölf Punkten haben die Zeilbetzen ein Manuskript über meinen Schreibtisch getupft. Man sieht ein Eselsohr, ein Schatten und braune Schrift auf Pappe. Die Geschichte flimmert vor krummen Buchstaben. Jeder einzelne groß und bedeutungsvoll, anders als der davor. Kein M sieht aus wie das andere. Jeder Bogen eine einzelne Konzentrationskurve. Mausgeburt. Sie ist einfach aus dem Niewan gekrochen. Sie ist ein bisschen dreckig von dem Weg. Was? Schriftstellung. Was ist das? Dein Lebensziel. Und dann? Sterben. Was ist das? Der letzte Satz. Natürlich ist es mein Sinn im Leben, Schriftsteller zu sein. Ich bitte Sie. Das hat mir schon der erste Sonnenstrahl meines Lebens erzählt. Ins Ohr geflüstert hat er es mir. Ein Feen kitzeln. Und mit seinem letzten Atemhauch hat er mir die Verantwortung dafür gegeben. Schriftstellung. Von dem Mäusefeenkörper in das Kinderbett gezogen. Schriftstellung. Halt es in meinen eigenen Fleischwänden wieder. An meiner Übungswand hängt mein erster Buchstabe. Ein Z. Als würde ich je eine Zeilbetze werden. Meine Übungswand ist aus Pappe. Und die Punkte sind wenig und zu übergewichtig. Meine Pinsel sind steinhart. Meine Eltern sagten mir nie, dass sie mich bei den Zeilbetzen sehen wollen. Vielleicht wollten sie es auch nie. Mein Buchstabe aber hängt grün und fett auf der braunen Pappe. Und meine Geschichte. Geschrieben, nicht getupft. Mit einem dreckigen Stein aus dem Garten. Die Buchstaben bröckeln. Das war mein erstes Meisterwerk. Danach kam ich drei Tage lang nicht aus meinem Bett. Ich sehe noch meine Mutter, wie sie sagt. Komm, willst du ein Strichmännchen werden? Es gab sie öfter, diese Tage an denen. Ich war ein schwieriges Kind. Ein Kind wie ein Bällebad. Jederzeit könnte ein Hai zwischen den gelben und roten Kugeln auftauchen. Schreit es gleich? Oder bleibt es einfach in seinem Bett liegen? Doch nach drei Tagen knickte ich ein. Ein kleines Nagut pflückte meine Mutter wie eine widerwillige Schildkröte aus dem Garten. Mit eingezogenem Kopf hob sie mich am Panzer hoch und setzte mich in den Wagen. Und zack, zwei Punkte. Das müssen die zwei grünen sein, links am Rand von meinem Bild, wo der Wald hinter dem Rahmen vorschaut. Wir spazierten durch den Wald und wo meine Mutter sehen sah, sah ich Drachen. Blätter waren Elfen und jeder Baum von einem Troll bewacht. Ich wünschte, meine Zeilbätze verstünde das und mein Zimmer wäre nicht mit Gras und Küchen, sondern mit Feengluxen und Vulkanen bemalt. Mitte. Mein bester Freund, Schnupfen, saß stundenlang vor dem Bild meiner Eltern, wenn er zum Spielen kam. Und ich glaube bis heute nicht, dass er mich besonders gut leiden konnte, zumal er blind war. Die Größe des Bildes muss ihn fasziniert haben und die Erzählungen meines Vaters. Mein Vater kann sehen und hören, doch er prallt nicht damit. Er hat Schnupfen die Bilder erzählt und Schnupfen hat gelacht. Sie sind durch das Haus gewandert und Schnupfen stand lange vor dem Bild im Flur, vor dem Zimmer meiner Eltern. Ein sehr blaues Bild oder grau. Ein Bahnhof und kein Licht, oben drüber ein Auto. Es ist so ein zweigeteiltes Bild, wie ein Haus, ein Bahnhof im Keller und im Erdgeschoss ein Auto. Mein Vater geht immer schneller an dem Bild vorbei. Meine Mutter hat einmal versucht, es zu übermalen, aber ihre wässrige Farbe legt nur einen gelben Schimmer über den Bahnhof meines Vaters. Als er fortging, dachte ich, sein Bild müsse andernorts weitergehen. Ich dachte, die Landschaften im Bild meiner Mutter würden verschwommener, kleiner vielleicht. Vielleicht würden auch seine Punkte verschwinden. Vielleicht würden unsere Wände fleckig werden. Jeder zweite Punkt an einer neuen Wand auftauchen, die ich nie sehen würde. Aber die Berge in der Küche sind nicht löchrig geworden. In den Seen schwimmen meine Eltern nicht um weiße Flecken herum. Am Tag nach seiner Abreise, am Tag nach meinem 25. Geburtstag, an dem Tag, an dem die Schlafblumen im Garten husteten, da wuchs eine Schiene über die Decke unseres Wohnzimmers. Die Zeilbetzen tupften Moos über Metall, Schotter und keine Leute. Meine Mutter weinte und schnupfte den Schlafblumenhusten und seit dem Tag nach der Abreise meines Vaters malten die Zeilbetzen ihr nichts als ein Croissant. Es muss ihres sein, denn im ganzen Haus riecht es nach Millefeuille und wenn man einatmet, ist immer Mehl dabei und beim Ausatmen sagt Mutter, Achtung, nicht zu viel Wind machen, sonst fliegen sie weg. Also muss die Schiene meinem Vater gehören. Jetzt sind da auch Häuser, eine Wohnung und ein Tier. Die Farben sind dunkler, ein grüner Himmel über einem grauen Croissant. Ich würde das Tier gern streicheln und die Bilder im Haus meines Vaters sehen. Kein Haus ist ohne Bilder, aber die Schiene an unserer Decke führt nur in den Eingangsraum. Draußen ist Wind, staubiger Weg und ungemaltes Gras. Bei Schnupfen war das anders. Als seine Schwester gestorben ist, haben die Zeilbetzen einen einzigen großen weißen Punkt getupft und jetzt ist er eine Schneise in seinem Bild. In Farben, die so hell sind, dass ich sie nicht sehen kann. Schnupfen vielleicht schon, schließlich ist er blind. Sein Bild ist voller merkwürdiger Farben. Glitzernde Totten, löchrige Vögel und schneeweiße Sonnenblumen. Was ist mein Sinn im Leben, fragen sie mich. Eine Sache ist klar. So klar wie die helle Schneise in Schnupfens Bild. Ich kann nichts als schreiben. Wenn ich könnte, würde ich Häuser von unten bis oben beschreiben. Ich würde alle Bilder überschreiben, Farben durch Worte ersetzen und Formen durch Bildsprache. Anstelle eines Berges aus grauen Punkten und roten Schlafblumenpunkten und hellen Menschenpunkten würde ich tausend Wörter schreiben über die geniale Konstruktion des Berges, über die krümeligen Wege und die weichen Moosbetten. Ich würde oben über den Küchenschränken anfangen, von der Reise zum Bergteufel zu erzählen. Und anstelle von gelben Sonnenpunkten stünde da, es war zu heiß. Ich kannte heiße Sommer, aber dieser, dieser letzte Sommer vor dem Bergteufel war unerträglich. Die Sonne, weiche, weiße Sonne, war steinhart an dem Tag, an dem ich mit Schnupfen den Weg in unser Verderben antrat. Anstelle roter Schlafblumen würde ich schreiben, Schnupfen ist langsam. Das ist normal. Er ist blind. Deswegen findet er die schönsten Sachen. Er hört jedes Schlafblumenhusten. Viermal schon haben wir eine gepflückt. Die erste stand hinter dem Haus meiner Eltern, fast auf dem Grundstück von Schnupfens Vater. Wir haben uns hingelegt und den Himmel betrachtet. Schnupfen hat mir gezeigt, wo der Wind laut sein muss, in den Bäumen nämlich. Und ich habe ihm mit den Fingern die Farbe des Himmels in die Handfläche geschrieben. Grün, hat er gefragt. Und ich habe genickt. Ja, wie das Gras. Und wenn der Platz über dem Küchenschrank aufgebraucht ist, würde ich weiterschreiben. Die Wand hinter dem Küchentisch würde ich vollschreiben. Mit Wörtern wie unfassbar vielfältig und Teufel und leises Stöhnen. Schnupfen hat mir erklärt, was Stöhnen ist. Es ist wie Wind, aber mit roten Wangen. Ende. Vater, hier ist mein letzter Brief an dich. Es ist auch mein erster. Deine Punkte sind versteinert und entweder sind die Zeilbetzen faul geworden oder du. Bist du faul wie ich als Kind oder faul wie ein Apfel, der schon zu lange im Gras liegt? Ist das Gras weich? Ich wünschte, ich hätte dir mehr geschrieben. Ich wünschte, ich könnte alle Flaschen der Erde nehmen und sie füllen mit Worten für dich. Ich würde Stupfen in eine Dose flüstern lassen, wenn ich dich erreichen könnte. Ich habe nie geschrieben, Vater, und meine Bilder sind lustlos. Die Zeilbetzen haben alle Farben verdünnt, bis sie in mein Leben passen. Ich bin Bergbauer geworden, aber sei nicht stolz. Ich bin nicht der, der die Berge malt oder die Stabilität ausrechnet, sondern der, der die Steine schleppt. Mein Rücken ist grummer, als es deiner je war. Meine Augen sind grauer als das Bahnhofsbild im Flur und Schnupfen ist schon lange weg. Ich denke, er ist Bildarchivar geworden. Er muss durch verlassene Häuser gehen und die Geschichten heraustragen. Zumindest stand sein Name auf der Biografie über Tante. Wenn ich könnte, würde ich Schriftstellen. Aber ich bin zu alt und früher war ich zu jung und gestern konnten meine Hände keinen Stift halten, weil sie blutig von den Felsbrocken waren. Dankeschön. Auch danke. Nicht leid. Ich habe direkt eine Frage. Hau raus. Was sind Zeilbetzen? Vermutung? Also es sind Wesen, die in diesem Text existieren, für den Text. Das ist eine Welt, in der sehr viel über Bilder funktioniert. Man kann sich das vorstellen wie eine Folge von Black Mirror vielleicht, wo man Punkte kriegt für Sachen, die man macht. Diese Punkte sind physisch da, als Punkte im Bild an der Wand. Je mehr Energie du in was steckst, desto mehr Punkte sind da. Und die Zeilbetzen, das sind Wesen, vielleicht wie Ninjas mit weißen Haaren, die kommen und die malen, was in deinem Leben passiert. Okay, also das ist nicht was, das ich nicht kenne, weil ich zu blöd bin, sondern das, was du erfunden hast. Nein. Das ist ein Anagramm, wenn man damit spielen will, für Lebenszeit. Wer ist Schnupfen? Das ist der beste Freund von dem Menschen, der die Geschichte erzählt. Der beste Freund, okay. Ja. Genau, der wohnt nebenan und kommt ab und zu rüber und die spielen, erkunden zusammen diese Welt und Schnupfen schafft es aber irgendwie daraus. Schnupfen schafft es, seinen Traum zu verwirklichen oder einen Traum zumindest. Der wird Bildarchiver. Das heißt, er geht in verlassene Häuser und nimmt diese Bilder mit oder sorgt dafür, dass die archiviert werden und festgehalten werden für die Zukunft. Okay, und hat Schnupfen, also ist das die Namensgebung, hat das jetzt eine besondere Bedeutung oder ist das einfach, weil er zu oft Schnupfen hat? Ich spiele viel mit Sinnen in dem Text, also die meisten Leute in dieser Welt sind entweder blind oder taub und da war das einfach witzig, fand ich, den Schnupfen zu nennen. Das ist cool. Da gibt es einen Satz, sorry, da gibt es einen Satz, das ist meine Geschichte. Ja. Ist es meine Geschichte? Es ist nicht meine Geschichte, nein. Also natürlich kann man nicht verhindern, dass Sachen aus dem eigenen Leben da einfließen. Die Frage mit dem Autor sein lehnt schon viel an eigenen Erfahrungen an, aber ich habe zum Beispiel keine Angst, dass ich mich nie wieder verlieben könnte, wie jetzt hier der Mensch, der das erzählt. Und deine Eltern gehen nicht Regenwürmer sammeln? Nein. Meine Eltern sind sehr erfolgreich in dem Leben, also erfolgreich im Sinn von, dass sie, die haben schon so viel gemacht, die haben Entwicklungsarbeit geleistet, und die haben, mein Vater hat eine Schreinerei aufgebaut, meine Mutter ist Leitung von einem mobilen Hospiz, also die sind richtig krass. Aber das sind nicht die Eltern von den Protagonisten hier. Das hat mich ja total fasziniert, du hast, glaube ich, eingangs gesagt, dass du erstmal dir die Figuren aufbaust, für so einen Text, also du hast den Text ja für heute quasi geschrieben. So, das heißt, du hast dir irgendwie was gedacht, so, das ist mein Thema, und dann gehst du her und schaffst erstmal die Charaktere, oder wie machst du das? Das habe ich diesmal anders gemacht, weil das kein riesiges Projekt ist, wollte ich nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil dann verzettel ich mich in Recherchearbeit. Was ich hier gemacht habe, war tatsächlich, ich habe mir von einem Textgenerator drei Wörter ausspucken lassen und habe dann versucht, wie ich die zusammenkriege. Welche waren das? Das war Lebenszeit, Hart und Schiene. Und daraus ist dann diese Erzählung entstanden einfach. Also ich habe angefangen zu schreiben und dann habe ich geschrieben, ja, was ist denn das Problem daran? Warum kann er denn kein Autor werden? Oder warum ist das nicht angesehen in dieser Welt? Und dann bin ich darauf gekommen, ja klar, die arbeiten nur mit Bildern und nicht mit Worten. Und daraus ist das dann entstanden. Also ich fand das total krass, weil mit dem Kontext war das so, okay, du hast jetzt diesen Text, das sind, weiß ich nicht, sechs, sieben Seiten und da ist ja so viel mehr dahinter. Schon, also auch schon allein beim Entstehungsprozess beziehungsweise bei der Vorbereitung, diese Wörter dann zu schreiben, das finde ich total interessant. Das ist überhaupt nichts, was ich so mache. Gut, ich habe auch nichts gelernt in der Richtung. Und weiß das nicht, für mich ist das halt, für mich fließen die Dinge aus den Fingern, wirklich. Und gleichzeitig entstehen dabei die Ideen. Das ist mir immer aufgefallen. Deswegen, ich finde, das ist so ein bisschen, ich habe die ganze Zeit gedacht, krass, das ist die Spitze von so einem Eisberg. Man sieht so ein bisschen, aber da ist so viel mehr dahinter. Das fand ich total faszinierend. Ich finde es deswegen auch schwierig, Kurzgeschichten zu schreiben, weil du in diese Kurzgeschichte, oder eine kurze Geschichte, du musst in diese Geschichte so viel im Grunde reinpacken, dass es nicht zu viel ist, weil sonst müsste man einen Roman schreiben, dass es aber auch nicht zu wenig ist, sodass man die Charaktere ansatzweise wenigstens versteht und natürlich auch, wo diese Geschichte hin will. Weil danach ist ja vorbei. Kurzgeschichte ist ja in sich geschlossen. Ich habe mir tatsächlich noch mal ein, zwei Kurzgeschichten durchgelesen, bevor ich angefangen habe damit. und mich noch mal an die Schulzeit erinnert und daran, was sie damals gesagt haben, was man machen soll. Also so ein bisschen, ja, fühle ich auf jeden Fall. Was soll man denn machen? Also für Leute, die jetzt gerade zugucken, die sagen, das finde ich super interessant und die so an der Schwelle stehen, ich möchte auch so was machen, aber ich zum Beispiel habe das in der Schule entweder verpasst oder wirklich nicht vermittelt bekommen. Schreibt man auch drei Seiten meistens in der Schule. Schreibt einen kleinen Aufsatz. Ja, aber was haben sie dir in der Schule gesagt? Was haben sie dir gesagt? Also ich weiß nicht, ob ich das eins zu eins wiedergeben kann, aber das Wichtigste bei einer Kurzgeschichte ist eine überraschende Wendung. Ja, das ist so das Wichtigste. Es muss irgendwas passieren, was niemand erwartet prinzipiell. Bei kurzen Geschichten kann man prinzipiell machen, was man will. Eine Geschichte sollte einen Anfang, Hauptteil und Schluss haben. Das finde ich schon mal ganz gut und ich finde es immer gut, wenn man ein Thema hat. Das hilft mir ungemein, weil dann kann ich mit dem Thema irgendwas Verzwacktes anfangen und daraus viel mehr bauen, wo die meisten Leute sagen würden, keine Ahnung, hätte ich nicht erwartet oder so. Das fällt mir leichter, als mir selbst was auszudenken, weil ich dann denke, okay, ich kann hier über alles schreiben, was sind die Erwartungen, wo will ich hin. Also prinzipiell fang an, irgendwas zu schreiben und pack dann eine überraschende Wendung rein. Zum Beispiel, dass die Hauptfigur irgendwas unbedingt will, aber das nicht kriegt. Das ist meistens spannend für eine Geschichte generell. Und für eine Kurzgeschichte irgendeine komische Wendung. Also alles, was bei mir damals aus Deutsch hängen geblieben ist, Textanalyse, was, wird wie, warum gesagt, mehr weiß ich nicht mehr aus der Zeit. Ja, es gibt, ich habe das auch gelernt, es gibt fünf Ws, was, wie, wer, warum, wo. Keine Ahnung. Ja, das ist Quatsch. Also ich hatte auch mal eine Deutschlehrerin, die war fantastisch. Die hat gemeint, uns wird ja abtrainiert in der Schule, kreativ zu sein. Gerade durch diese ganze Aufsätze schreiben und bringen bloß keinen Charakter rein in das, was du schreibst. Ich hatte das Glück, dass ich ein Orchideenfach belegen konnte. Ich komme ja aus Baden-Württemberg, da ist das alles vielleicht ein bisschen anders. Und das war kreatives Schreiben, sowas in der Art. Da haben wir auch einen Film gedreht, unter anderem, und Theater-Szenen konfiguriert, Kurzgeschichten geschrieben, Essays, all sowas. Das war schon ein Glück. Das klingt spannend. Als ich studiert habe, hatte ich mal so einen Rhetorik-Kurs. Da haben wir das am Anfang so ein bisschen wie du mit dem Textgenerator. Aber unser Dozent hatte immer so einen Stapel mit Karten, mit Begriffen dabei. Und Reihe um musste zum Beginn der Session halt jeder vorne hin, hat eine Karte gekriegt. Und da stand wirklich so ein völlig zufälliger Begriff drauf. Darüber musste man dann fünf Minuten frei referieren. Das war für viele echt der Horror. Klar, gut, alle waren in diesem Rhetorik-Kurs, weil sie irgendwie was lernen wollten. Ich fand das immer total lustig und spannend. Und eigentlich war das dann auch relativ interessant und spannend. Aber da hast du echt auch gelernt, so aus dem Nichts heraus, sag ich mal, nur mit so ein paar Eckdaten oder mit einem, du hast ja dann direkt so eine Vorstellung zu einem Wort. Also wenn da steht Eisenbahnschiene, haben wir alle sofort Bilder im Kopf, die aber sicherlich bei allen komplett unterschiedlich sind. Und darauf hast du dann deinen Vortrag aufgebaut. Spannend. Aprovisieren. Köpfchen anregen. Ja. Mega Text. Dankeschön. Cool. Ja. Hast du noch eine Frage, Vera? Nee. Hast du eine Frage? Magst du noch was erzählen? Brennt dir noch was unter den Nägeln? Ein Appell an die Zuschauer. Ein Appell. Ja, macht's euch selber nicht zu schwer. Das ist einfach, aber sehr, ja. Prima. Ja. Nicht schlecht. Annie, vielen Dank, dass du bei uns warst heute. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne. Ja, Vera, dir auch danke. Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Wie immer. Wie immer. Ja, euch draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Folge 2 vom Vera Stage Bücherwurm. Wir sehen uns nächsten Monat wieder, logischerweise mit Folge 3. Wir machen das hier mathematisch der Reihe nach. Und ja, wenn euch die Vera Stage interessiert, schaut mal rein. Wir machen auch andere Sachen, Livestreams und so weiter. Wenn euch das hier aber besonders gut gefällt, freuen wir uns natürlich auch über ein Like, über eine Empfehlung, über ein Teilen. Wie auch immer. Kommentiert gerne. Also auch, wenn ihr noch Fragen habt, zum Beispiel. Dann lasst uns das wissen. Wir geben das gerne auch weiter, wenn da konkrete Fragen zu den Geschichten sind, zu den Techniken, wie auch immer. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wir hoffen, wir sehen uns wieder. Danke euch. Adieu. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017